Wir stehen hier vor unserem neuen globalen Exterior-Kompakt-Lagerprogramm. Exterior heißt Außenbereich, ist eine Kompaktplatte, die mit einem entsprechenden Lack-System gesehen wird. Im Normal- und in schweren Fernbahn für sämtliche Anwendungsgebiete in der Fassade, im Balkon, alles was im Außenbereich angeht. Sie sehen selbst die große Farbrange. Theoretisch wäre die komplette Farbpalette-Kleideres machbar mit entsprechenden Mengen. Für uns sind es hier ein interessantes Kult, relativ neu und wir können schon wirklich sehr, sehr gute Erfolge feiern. Global-Kompakt für den Außenbereich erweitert einfach die Perspektive für unsere Kompaktplatten von drinnen nach außen.